Da, ich bin live, ich sehe Chad. Hi! Was geht's, Marc-Hallo? Guten Morgen! Guten Morgen! Guten Morgen aus Hamburg City Dangerous. Actually auf Speicherstadt. Also ne, das ist Maxim, aber dahinter ist Speicherstadt. Es geht. Wir wollen gleich so einen Cringe-TikTok machen. Den hier. Kennt ihr den? Ich glaube, der geht so, oder? Geht der nicht so? Dice of Cringe! Wir laufen jetzt gleich hier mit euch ein bisschen rum und zeigen euch Hamburg, ja. Woher kenne ich Maxim? Oh, vielleicht von TikTok. Und wisst ihr, was ich auch machen wollte? Danach wollte ich zu HafenCity gehen und ich muss irgendwo ein Fischbrötchen essen. Aber es ist irgendwie Sonntag, 5 Uhr gleich. Hat noch was offen oder so. Ich glaube, wir steppen dann mal, ne? Ja, was ist mal los? Ich weiß eigentlich gar nicht, was ist die Speicherstadt. Es sind einfach nur diese Häuser, ne? Das hier ist die Speicherstadt. Schön. Und das ist dann jetzt auch alles. Deswegen fahren Leute nach hier und machen Sightseeing in Hamburg. Die gehen dann hier durch, so wie wir, und denken sich, wow. Geil. Cool. Chad, auch mal Eisbaden da machen jetzt, oder? Postchamp? Achso, weil ich jetzt da reinspringen soll. Die warten jetzt. Achso. Ja, ja. Die warten jetzt. Hamburg finde ich echt schön, Chad. Also es ist schon schöner, hier so rumzulaufen als in Berlin, bin ehrlich. Kommt drauf an den Boden. Na, aber hier sieht alles einfach schön aus. Ist egal, wo du hingehst. Überall hier die Flüsse und so. Überall schöne Häuser. Es ist sehr sauber. Hamburg ist übertrieben sauber eigentlich. Hier ist wirklich schön, Chad. Oha. Chad, ist wirklich schön hier. Kannst du hier mal so sprinten wie mit Neon im Wetterland? Okay, ich slide. Hier ist echt mega schön. Die Grafik und die FFS in diesem Real Life sind echt ganz gut. Ich schwöre, Slack nie. Manchmal gibt es ein paar Bugs. Also ich weiß nicht, ich habe irgendwie oft in diesem IAL Bugs. Vor allem, wenn ich so diese Fortbewegungsmittel benutze in diesem einen Modus, wisst ihr? Deutsche Bahn und so. Schwierige Bugs hat die. Ich schwöre, ich wohne hier oben seit 21 Jahren, glaube ich. Und ich war hier noch nie. Ich wusste nicht, dass dieser Abschnitt in Deutschland kommt. Was steht bei euch heute an? Wir laufen hier einfach ein bisschen rum. Genießen noch das gute Wetter, weil es der letzte Tag. Ich reiß halt morgen Mittag oder so ab. Wir gehen später mit euch vielleicht essen. Doch, ich glaube, beim Essen nehme ich euch auch mit. Kommt drauf an, wo wir sind. Wenn wir auf der Reeperbahn essen gehen, dann kann ich es wahrscheinlich nicht filmen oder vloggen. Weil, trotz, es ist der perfekte Moment, um Eisbahn einzulösen. Hey, ja, alle sagen das. Ja, komm. Halt mich zurück. Halt mich zurück. Ich schatz dich. Ja, ist echt so. Es ist wirklich so. Weißt du, was ich mal gelernt habe? Hier die Choreografie für Jumpstar, also dieses Classic. Boah, ja, Jumpstar. Kannst du das noch? Ja, klar. Kannst du das? Okay, warte. Ja, aber der Anfang, du springst zweimal auf, dann gehst du nach vorne, dann zurück und dann fängt das hier an. Okay, warte. Ich springe zweimal auf und dann? Zweimal nach vorne kicken, einmal nach links kicken, einmal nach links kicken, einmal nach links kicken. Also so habe ich es gelernt mit 14 in der Dorf-Disco, Kinderparty, let's go. Okay, können wir? Okay. Eins, zwei, drei, da, 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 vorne, vorne, fast zurück. Oh mein Gott, shit. Warte, warte. In meinem Kopf läuft das so ab, ja? Ich bin hier in Hamburg, ich bin irgendwo am Wasser. Warum sind hier nicht so überall wie an der Reeperbahn so Stände, wo man einfach Fischbrötchen kaufen kann? Ich dachte, das wäre so. Das ist Hamburg, nicht Indien. Das sehe ich. Boah, aber so ein Backfisch ist geil, so ein panierter Backfisch. Mmh, mit so Remoulade oder so. Boah, das würde ich auch gerne essen. Kennst du frischen Chips? Ja. Geil. Auch geil. Ich schwöre. Ein gutes Wetter. Es riecht nach Fisch ein bisschen. Ja, ich finde, gerade riecht es nach Scheiß, aber okay. Mal schauen. Ey, Junge, ich bin erschrocken. Na, hör mal. Sollen wir einfach mal zu Leuten gehen und eine Straßenumfrage machen hier in Hamburg? Sollen wir einfach mal Leute auf der Straße pranken mit versteckter Kamera? Können wir mal was Cooles machen im Stream? Dafür müssen wir den Stream ausschalten. Sure. Hier links. Geil. Es gibt gar kein richtiges Fischbrötchen, aber es gibt Fischenchips. Das ist ein bisschen schön. Doch, doch, das passt. Alles gut. Hi. Hi, was geht? Na, welcome. Und ein Stream-Sniper. Ey, das ist Bader-Chaps, aber Chad weiß das. Chad kennt Bader eigentlich schon. Hi. Okay, guten, Chad. Ich werde jetzt essen. Soll ich nochmal mein Essen zeigen? Hier, ich poste das später in die Story, ja? Ja, man sieht es gar nicht so gut. Aber es ist lecker. Lecker. Aber es schmeckt auch heiß. Oh, das ist die Tarnik. Keiner Weib mit mir, schade. Steht mit Chad, oder? Also die ist zwar sehr breit, aber schwöre, wäre mein Style. Die ist wirklich sehr breit. Okay, ich sehe. Okay, krass. Okay, what the fuck? Aber die ist nice. Die ist übel nice. Voll, wie meine Schultern so breit. Jetzt ist sie genauso breit wie groß. Das ist riesig. Ich gehe jetzt mal auf der Party und sage, ich gehe da so rein. Das war halt in so ein Hotel, ne? Ich gehe so in das Hotel, gehe so zur Rezeption. Die in der Rezeption schon sofort in der Fusine. Ich muss euch nicht hier anmelden, das ist da hinten für die Party. Ich so, okay. Gehe ich dann nach da hinten zu der anderen Anmeldung. Stell mich so vor, der so, wir lassen keinen mehr rein. Man kann auch keine Karte mehr kaufen. Ich so, nee. Und der so, nee, wir lassen keinen mehr rein. Und ich so, mein Freund. Ich stehe auf der Gäste-Liste, hallo. What the fuck? Guckt der so, der so, oh echt, sorry. Tut mir leid, tut mir leid. Ich so, alles gut. Ich habe ein Bändchen bekommen, bin reingegangen. Aber mit Recht sind die so streng, weil sonst halt auch so Randoms kommen und da rein wollen. Und sonst, ja. Let's go. Was ist das hier? Das ist einfach so Einkaufsstraße hier, ne? Ui, Buber. Geil, ich will das kurz sehen. Ich glaube, die machen K-Pop-Tik-Tanz. Das war sehr gut. Let's go. Nice. Ich liebe sowas. Ich liebe sowas. Leute machen einfach. Ich finde das auch nicht cringe. Safe standen dann wieder Leute, äh, cringe, äh, nein, das ist geil. Diesen nicer Scheiß. So rumläuft. So das Ding. Hä, was ist das? Franzbrötchen. Franzbrötchen. Ist auch so typisch Hamburg, ne? Aber was ist denn das? Wartet. Boah, das ist noch warm. Das ist ein Franzbrötchen. Was ist das? Du hast es noch nie gesehen oder gegessen. Weiß rein. Das ist eine Zimtschnecke. So eine Zimtschnecke, ne? Danke. Dankeschön. Geil. Holner? Ich verabschiede mich jetzt aber, glaube ich. Möchten Sie noch was sagen? Also, Chat, ihr wart absolut wundervoll. Sind die immer. Ich glaube, es wurde noch nie in meinem Leben irgendwo so herzlich wahrgenommen. Echt? Empfang wie hier. Ja. Ich küsse eure Herzen. Wir sehen uns auch auf Steam auf jeden Fall. Möchtung. 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 Bis zum nächsten Mal.